An welchen Worten erkennst du deinen Seelenpartner? Das ist das Thema in diesem Video. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen, ich bin Coach und Seelenpartner, Expertin. Und in diesem Kanal findest du alles rund um die Liebe, um die Seelenpartnerschaft. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau dir unbedingt dieses Video bis zum Ende an. Unbedingt auch diesen Kanal abonnieren, um neue Informationen nicht zu verpassen. Das empfehle ich dir und vergesst auch nicht auf die Glocke zu drücken. Dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Neues von mir gibt. Seelenpartner erkennen Ja, woran erkennst du ihn? Also an Worte. Es ist wichtig, dass du auch wirklich zwischen den Zeilen lesen lernst und auch auf die Wortwahl achtest. Denn eure Seelen sind schon sehr, sehr alt. Und ihr habt auch einen bestimmten Seelenvertrag. Und die Seelen erinnern sich einfach, dass sie sich kennen. Und du kannst auch deinen Seelenpartner daran erkennen, indem du bestimmte Sätze dann auch wirklich für dich ganz besonders wahrnimmst oder empfängst. Also es geht um Wachstum eurer Seelen. Vielleicht wart ihr auch schon mehrere Inkarnationen zusammen. Und es geht immer um den seelischen Wachstum und Weiterentwicklung. Und so ist es auch wirklich bei euch. Die Gespräche zwischen den Seelenpartner sind sehr tiefgründig. Es geht wirklich darum, das kannst du auch gar nicht mit einer herkömmlichen Partnerschaft vergleichen. Denn das geht richtig in der Tiefe. Eure Seelen sind seit eh und je verbunden. Es geht auch darum, das zu erkennen, wenn dein Seelenpartner dir bestimmte Worte sagt, Sätze sagt. Wie könnte das lauten? Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ja, ich sehe dich. Wenn ich dich anschaue, sehe und erkenne ich mich. Zum Beispiel. Oder ich schaue in deinen Augen und ich sehe mich in den Spiegel. Oder auch. Ich habe schon mein Leben lang auf dich gewartet. Ich habe Leben lang nach dir gesucht. Ich werde immer für dich da sein. Egal, wo du auch hingehst. Du bist der Spiegel meiner Seele. Oder, ja, wir sind Seelenverwandte. All diese Worte, all diese Gefühle sind also so tief, dass du das auch wahrnehmen kannst und auch spüren kannst. Vielleicht auch ein Wort oder ein Satz. Du bist das größte Geschenk, das ich je in meiner Seele spüren durfte oder je in meinem Leben erfahren durfte. Die Begegnung mit dir fühlt sich an wie von einem anderen Stern. All das können Hinweise sein, dass du deinem Seelenpartner begegnet bist. Wenn das alles auf dich zutrifft und du mehr darüber erfahren möchtest und tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, dann freue ich mich auf dich in meinem Online-Webinar, die am 31. Januar 2022 von 18 bis 20 Uhr stattfindet. Sei dabei und sichere dir jetzt schon einen Platz. Das empfehle ich dir, denn ich nehme nur bestimmte Anzahl der Teilnehmer, damit wir auch eine vertraute Runde haben. Also es wird verschiedene Themen geben bezüglich der Seelenpartner, auch eine kleine Hypnose, wie du deinen Seelenpartner in deinem Leben anziehen kannst. Ich freue mich auf dich und melde dich dazu an. Deine Valeria 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 Deine Valeria